Oh Mann, was ist das denn wieder für schönes Wetter? Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, das ist der perfekte Tag, um sich zu entspannen, in den Garten zu legen, irgendwie ein bisschen Obst zu essen und einfach mal Ruhe gönnen und Sonne tanken und mal nicht irgendwie die Welt retten oder kämpfen oder sowas und Was ist das denn? Kostenlose Diamanten für alle? Äh, ich weiß ja nicht wirklich, ob ich jetzt da rein will, aber Hey Freunde, ich bin's Lamy, willkommen zu einem neuen Video von mir Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts dann eben die Glocke Das ist ganz, ganz wichtig und so verpasst ihr gar keine Videos mehr und bekommt immer eine Benachrichtigung Und Freunde, gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamyArmy Dann habt ihr die Chance, morgen im Video drin zu sein Und Freunde, eine ganz, ganz kleine Challenge für euch, falls ihr es schafft Innerhalb von 5 Sekunden ein Kommentar dazulassen und das Video zu liken Dann lasst es mich wissen, dann bekommt ihr hier vielleicht ein Herz in den Kommentaren Also mit etwas Glück und ja Freunde, viel Glück, ihr habt 5 Sekunden Zeit Ab jetzt Freunde So, mal gucken, wer es von euch alles geschafft hat Aber Leute, was ist das denn jetzt? Ich rede hier gerade noch von Entspannung und Sonne genießen Und, äh, eine kleine Pause nehmen von Kämpfen oder so Und sofort falle ich hier runter vor eine Tür, wo drauf steht kostenlose Diamanten für alle Das kann doch nur mir passieren Naja, warte mal Sind die Diamanten hier in der Kiste? Hä? Das sind aber keine Diamanten Ein Holzschwert und Lederrüstung? Okay Was hat es damit auf sich? Sollen wir jetzt hier reingehen oder nicht, Freunde? Was meint ihr also? Äh, das sieht jetzt nicht ziemlich vielversprechend aus oder so Nach Abenteuer Das sieht aus nach Kämpfen oder so, Freunde Ich habe schon wieder Rüstung bekommen und ein Schwert Leute, sollen wir da reingehen oder nicht? Wenn ja, dann lasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Ich möchte jetzt ganz, ganz viele Daumen nach oben sehen Weil ich glaube, ihr wollt alle, dass ich da reingehe, oder? Ihr wollt es doch alle, Freunde So, ich würde dann sagen, einfach, wir gehen jetzt da rein Und Hä? Hä? Was? Was ist das denn? Das ist aber ein komischer Zombie Ist das ein Zombie, Freunde? Oder was ist das? Okay, ich mache mal die Tür ganz schnell zu Und ziehe mir die Rüstung an So, okay, Freunde Jetzt bin ich perfekt ausgerüstet Und ein Holzschwert Kann ich damit überhaupt irgendwas ausrichten? Naja, wir versuchen unser Bestes, Freunde Und Äh, ah Zombie? Zombie Piggy? Was ist das denn? Ja, oh Gott, oh Gott Das ist, ist das etwa ein Piggy Tunnel? Ist das ein OP Piggy Tunnel? Oh Gott, oh Gott Dieser Zombie Piggy vergiftet mich Aber Komm schon Wir sehen zum Glück sein Leben Und Äh, letzter Schlag Und Wir haben ihn Wir haben ihn besiegt Den ersten Gegner von Ich weiß nicht wie vielen Oh Gott, oh Gott Wir haben jetzt wieder neue Rüstung bekommen Das heißt Neue Rüstung Gleich Neuer Gegner Oh Gott, oh Gott Dann ziehe ich diese hier erstmal aus Und dann ziehe ich die Kettenrüstung an Okay Damit habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Stärke Äh Mit dem Steinschwert und der Kettenrüstung Aber Um ehrlich zu sein Kommt er mir auch ziemlich bekannt vor Ist das nicht auch jemand Von Piggy? Flammen Piggy? Oh Gott, oh Gott Nein, der verbrennt mich ja wirklich Oh Gott Oh, oh, oh Oh Nein, nein, nein Okay, okay Ich muss Ich muss hier raus Oh Gott, oh Gott Okay, der ist echt wirklich stark Der verbrennt mich Und das ist dieser Piggy von Roblox, Freunde Das ist also ein Piggy Tunnel Und alle, alle Piggys in jedem Raum Sind so Skins von Roblox Also von dem Spiel Piggy Das am Anfang war der Zombie Piggy Und der hier Das ist dieser Torture Also dieser Flammenwerfer Piggy Oh Gott, oh Gott Und der kann mich ja wirklich in Flammen setzen Okay Freunde Durchatmen Und wir gehen wieder rein da Und weg mit dir So Oh Gott, oh Gott Ich hoffe, ich kann dir etwas ausrichten Mit dem Steinschwert Aber Oh Gott, oh Gott Die Feuerflammen sind wirklich viel zu stark für mich So Und Weg mit dir So Oh Gott, oh Gott Am besten Erledige ich ihn direkt Aber ich habe keine Chance, Freunde Er verbrennt mich so schnell Und so viel Schaden mache ich ihm jetzt auch nicht Aber er macht mir so viel Schaden, Freunde Guckt mal alle auf meine Herzen Ich bin so schnell fast tot Aber Deswegen muss ich aufpassen, oh Gott, Freunde Ich darf hier wirklich nicht umgeschnetzelt werden Von irgendeinem Piggy Und vor allem nicht von dir, Flammenwerfer, Piggy So Komm schon Noch ein bisschen Er hat auch nicht mehr so viel Leben Aber ich auch gar nicht Oh Gott, oh Gott, zwei Herzen hatte ich Und Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde Noch noch ganz kurz Leben tanken So Mein Leben ist jetzt voll Und weg mit dir So Jetzt kommt der finale Schlag Komm schon, komm schon, komm schon Und Ja Ich Hab ihn Aber Es geht wieder weiter Oh Gott, oh Gott Wir haben jetzt Eisenrüstung bekommen Und ein Eisenshirt Okay Alles andere tue ich mal so hier weg So Und dann ziehe ich die Eisenrüstung mal an Oh Gott, oh Gott Oh Welcher Piggy wird uns jetzt erwarten, Freunde Lasst auf jeden Fall alle einen Daumen nach oben da Wenn ich jetzt hier durch diese Tür gehen soll Aber Ich denke mal Hm Welche Piggy gibt es denn noch? Es gibt noch diesen Soldaten-Piggy Oder diesen Engel-Piggy Ich weiß ja nicht, Freunde Was denkt ihr? Schreibt es jetzt auf jeden Fall in die Kommentare Oder was ist euer Lieblings-Skin von Piggy? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Und dann würde ich sagen Wir gucken mal Und es ist Hm Es ist Roboter-Piggy Ja Der hat eine Er hat eine Kettensäge als Hand Guckt euch ihn mal an Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde Hm Oh Gott Was passiert hier? Mir wird schlecht Mir ist schwindelig Oh Gott, Freunde Der kann mir so Übelkeit übergeben Oh Gott, oh Gott, oh Gott Aber Oh Nein, 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 nein Ich Ich muss mir hier wirklich eine Taktik überlegen Weil der ist wirklich viel, viel stärker als die anderen zwei Okay Mein Leben ist jetzt wieder voll Und Los Weg mit dir Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott So Diesen Roboter-Piggy Werde ich auf jeden Fall auch noch bekommen Aber der kann mir so Übelkeit geben Und seine Säge Der hat so eine Säge als Hand Oh Gott Oh Gott, nur noch zwei Herzen, Freunde So Ich muss ganz kurz auf Abstand gehen Und Oh Gott, Freunde Das ist wirklich viel, viel schwieriger als gedacht Also drückt mir alle die Daumen, bitte Oh Gott, oh Gott Damit ich ein bisschen Kraft bekomme von euch So Aber wir haben auf jeden Fall mehr als die Hälfte von seinem Leben abgezogen, Freunde Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Oh, 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 oh Welcher Piggy wird uns denn am Ende erwarten Wenn jetzt schon der Roboter-Piggy kam Ich glaube Oh Leute Am Ende erwartet uns bestimmt Der richtige Piggy Ich sag's euch, Freunde Bestimmt ist am Ende der richtige Piggy Der auf uns wartet Oh Gott So Oh, mir ist wieder übel Aber Der ist langsam schon mega geschwächt Und ich hab ihn, Freunde Und Diamantausrüstung Okay Das ist gar nicht mal so schlecht, Freunde Diamantausrüstung ist wirklich sehr gut Also besser Kann es gar nicht sein Okay Freunde Wir müssen jetzt in die letzte Tür reingehen In die letzte Piggy-Tür Welcher Piggy wird uns erwarten? Ich hab gesagt Der richtige Piggy Er wird uns jetzt erwarten So, also der Pinke Und es ist Es ist er wirklich, Freunde Oh Gott Aber soll ich da jetzt wirklich reingehen? Oh Na gut Neugierig bin ich ja eigentlich schon Wie stark der eigentlich ist Aber Falls er mich besiegt, Freunde Dann gibt es keine Videos mehr von mir Also Muss ich ihn auf jeden Fall Besiegen, Leute Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal Und aktiviert rechts daneben die Glocke Oh Gott, oh Gott Der hat einen Baseball-Schläger Was ist das? Oh, oh, oh Oh, oh Nein, 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 nein Ich glaub, der ist viel zu stark für mich, Freunde Der ist viel zu stark Der kann mir Meine Sicht klauen Oh Gott, ich seh nix Ich bin blind, ich bin blind Aber Mit dem Diamantschwert Und mit der Diamantrüstung Bin ich auf jeden Fall Viel, viel stärker Oh Gott, oh Gott Aber warum ist der auch so stark? So, Piggy Warte ab Ich werde dich besiegen Ich werde dich auf jeden Fall besiegen Ich verspreche es euch, Freunde Oh Gott Ganz kurz Leben tanken So Huh Durchatmen Und es geht Wieder los Der sieht so unheimlich aus, Freunde Leute Lasst euch mich in den Kommentaren wissen Habt ihr eigentlich Angst vor Piggy Oder mögt ihr das Spiel in Roblox? Oh Gott, oh Gott, oh Gott So Okay Ich seh wieder was Ich muss mir ne Taktik überlegen Der hat nämlich viel zu viel Leben, Freunde Aber mit meinem Diamantschwert Sollte das gar nicht so ein großes Problem sein Ah, Leute Ich könnte ihn sogar auch in die Lava schmeißen Indem ich hier das Glas kaputt mache Aber Leute Ich bin kein Schwächling Ich werde ihn auf jeden Fall fair besiegen Also oben Hier auf dieser Oberfläche Und weg mit dir Oh Gott Weniger als die Hälfte Leben Hat er schon mal So Und ich glaube Wenn ich springe Und ihn dann attackiere Dann machen meine Angriffe Ein bisschen mehr Schaden Kommen schon, Freunde Noch ein bisschen Nicht mehr viel Leben hat er Oh Gott, oh Gott, Leute Ah So Nein, nein, nein Ich komme nicht mehr weiter So, okay Leute Wieder ganz kurz Leben tanken Und Ich hab ein bisschen Angst vor dem Die sieht wirklich Mega schrecklich aus Vor allem mit dem Baseballschläger Und Weg mit dir Ich bekomme dich, Piggy Oh Gott, oh Gott Du kleine Schweinchen So Und Leute Wollen wir den letzten Schlag Vielleicht mit der Hand machen So Okay Okay, okay Er hat wirklich nicht mehr viel Leben So Die letzten Schläge Mach ich mit meiner Faust Und So Komm schon Und ich Hab ihn Yeah Ich Ich hab ihn besiegt Und Da sind keine neuen Waffen rausgekommen Das heißt Das war der letzte Gegner, Freunde Wir haben den OP-Tunnel Den Piggy-OP-Tunnel Gemeinsam gemeistert, Freunde Wir haben diesen Piggy besiegt Wir haben den Roboter-Piggy besiegt Dann den Flammenwerfer-Piggy Und den Zombie-Piggy Keiner davon War ein richtig großer Gegner für uns Leute Das ist alles easy peasy Wir schaffen alles, Freunde Aber Wo sind jetzt meine Diamanten? Wir wurden getrollt, Freunde Hier gab es gar keine Diamanten Aber Freunde Falls euch dieses Video gefallen hat Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Und vergesst nicht Diesen Kanal zu abonnieren Und die Glocke zu aktivieren Falls ihr das gemacht habt Dann schreibt gerne in die Kommentare Hashtag LamyArmy Falls ihr das gemacht habt Dann schreibt es unbedingt in die Kommentare Und Freunde Wir sehen uns hoffentlich morgen beim Video Das wird nämlich so cool wie immer sein, Freunde Und tschüss 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 Vielen Dank.